Die Welt der Automobile ist im Umbruch, denn der Anteil von Autos mit Hybridantrieb oder Elektromotor wird in den kommenden Jahren kräftig steigen. Um geeignete Lithium-Ionen oder Eisenphosphat-Akkus bauen zu können, werden allerdings enorme Mengen an Rohstoffen benötigt, besonders eben Lithium. Es ist daher kein Wunder, dass das Leichtmedal an der Börse seit Jahren ein heißes Thema ist und hohe Schwankungen im Kurs verzeichnet. Für Lithium, das leichteste aller Metaller, gibt es zahlreiche Anwendungsgebiete. Dazu zählen eben neben Glas und Keramik, Schmiermitteln und Klimaanlagen vor allem Batterien und Akkus. Allein 2018 wurden 202 Millionen Lithium-Ionen-Akkus im Wert von 2,4 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Tendenz stark steigend. Die Verwendung des Rohstoffes für Stromspeicher verspricht ein besonders starkes Wachstum. Obwohl weltweit im Jahr 2020 weitere 3 Millionen Elektroautos zugelassen wurden, liegt der Anteil der Elektrofahrzeuge bei der Neuzulassung global gesehen etwa nur bei 4,2%. Doch der Anteil steigt extrem stark. In der EU lag der Anteil elektrisch aufladbarer Autos Mitte 2020 bereits bei 6,4%, was jedoch nicht zuletzt auch an erhöhten staatlichen Prämien lag. Experten erwarten im Jahr 2025 bereits ein jährliches Produktionsvolumen von bis zu 20 Millionen Elektroautos, was dann in etwa einer Marktdurchdringung von ca. 15% entsprechen würde. Ende 2020 befanden sich laut des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung weltweit rund 10,9 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen. Es wird erwartet, dass die Anzahl der neu verkauften Elektroautos bereits in ein bis zwei Jahren weltweit auf 5 bis 6 Millionen Fahrzeuge steigt, was einem Marktanteil von ungefähr 5 bis 7% entspricht. Um 1 kW Leistung bereitzustellen, werden aktuell rund 150 Gramm Lithium benötigt. Pro Elektroauto wird je nach Leistung und technologischem Fortschritt mit 3 kg bis 10 kg Lithiumbedarf gerechnet. Auch neuartige, leistungsstärkere Batterien wie die am Deutschen Fraunhofer-Institut entwickelte sogenannte Superbatterie oder die neuen Lithium-Eisenphosphat-Batterie von Tesla benötigen als zentralen Bestandteil den Lithiumrohstoff. Gleiches gilt für die Erfindung eines besonders leistungsfähigen, leichteren und umweltfreundlichem Lithium-Schwefel-Akkus. Aufgrund dessen rechnen die Analysten von Roskill bis 2029 mit einer Verzehnfachung der Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien. Das entspricht einem jährlichen Wachstum des Lithiumbedarfs um ca. 25%. Die Lithium-Nachfrage aus dem Akku- und Batteriesektor werde deshalb von ca. 140.000 Tonnen auf mehr als 1,3 Millionen Tonnen steigen. Die Analysten rechnen damit, dass das Angebot noch 2021 ausreicht, um eben die Nachfrage zu decken. Danach könnte es möglicherweise zu einer tatsächlichen Knappheit des Rohstoffes kommen. Der deutsche Autobauer BMW sicherte sich Ende 2019 bis zum Jahr 2024 gegen weitere Preisschwankungen ab und schloss mit dem Unternehmen Gangfeng Lithium langfristige Lieferverträge im Volumen von 540 Millionen Euro. Den größten Teil des Marktes teilen sich vier Produzenten untereinander auf, bei denen Lithium teilweise nicht einmal das Hauptprodukt ist. Albe Male, FMC, Tianji Group und Sociedad Quimisa y Minera de Chile In diesem Video möchte ich dir deswegen meine Top 3 Lithium-Aktien vorstellen, welche aufgrund der eben genannten Gründe Vervielfachungspotenzial haben. Aktie Nummer 1 Albe Male Corporation Das Unternehmen ist ein US-Chemiekonzern, der neben Lithiumprodukten auch Flammschutzmittel, Katalysatoren und Chemikalien zur Oberflächenbehandlung herstellt. Albe Male ist durch die Übernahme des Konkurrenten Rockwood im Jahr 2015 eigenen Angaben zufolge zum weltweit größten Produzenten von Lithium und Lithium-Verbindungen aufgestiegen und erwirtschaftet damit 2020 37% des Konzernumsatzes. Laut Schätzung kontrolliert der an der Börse derzeit mit knapp 18 Milliarden US-Dollar bewertete Konzern mittlerweile rund ein Drittel des weltweiten Lithium-Geschäfts. Im Jahr 2020 wurden die Gesamtumsätze in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar erzielt, die Corona-bedingt rund 11% geringer ausfielen als im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie ging ebenfalls von 6,04 US-Dollar im Vorjahr auf 4,12 US-Dollar zurück. Beide Ergebnisse fielen besser aus als von Marktexperten ursprünglich erwartet. Für das Gesamtjahr 2021 erwarten Analysten vorerst nur ein leichtes Umsatzplus in Höhe von 3,5% auf eben 3,2 Milliarden US-Dollar sowie ein etwas schwächeres Ergebnis in Höhe von 3,61 US-Dollar je Aktie. Kosteneinsparungen in Höhe von 120 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 sollen helfen, die Ergebnisse zu verbessern. Im kommenden Jahr soll der Umsatz dann wieder deutlicher um 15% steigen. Dank des wachsenden Bedarfs an Lithium und geplanten Produktionsausweitungen sowie der 50% Beteiligung am sogenannten Vodgina Lithium-Projekt in Australien könnten die recht vorsichtigen Analystenprognosen möglicherweise jedoch übertroffen werden. Die Aktie hat getrieben vom Lithium-Boom in den vergangenen Jahren starke Schwankungen verzeichnet. Von ca. 50 US-Dollar Anfang 2016 stieg der Kurs der Aktie bis Ende 2017 auf über 140 US-Dollar an, bevor der Kurseinbruch bei den Lithium-Aktien sowie der Corona-Krise für einen Verfall auf unter 50 US-Dollar sorgten. Seitdem befindet sich die Aktie wieder stark im Aufwind und konnte bereits neue Allzeithochs erzielen und aktuell notiert die Aktie wieder bei ca. 157 US-Dollar. Getrieben von der erwartet steigenden Nachfrage nach Lithium konnte die Aktie wieder an den langfristigen Aufwärtstrend anknüpfen und durch das große neue Explorationsprojekt wird das Unternehmen den Anteil des Lithium-Geschäfts am Gesamtumsatz weiter ausweiten und seine marktführende Stellung verteidigen. Investoren, die einen etwas längerfristigen Anlagehorizont haben, sollten möglicherweise beim Einstieg auf Rücksetzer in den Bereich 120 US-Dollar bis 140 US-Dollar abwarten. Das chilenische Chemieunternehmen Sociedad Quimica Minera de Chile mit Sitz in der Hauptstadt Santiago liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem eben genannten Unternehmen und beansprucht ebenfalls den Titel des größten Lithium-Produzenten der Welt für sich. Langfristig betrachtet dürfte die Aktie allerdings sogar bessere Karten haben als der US-Konkurrent, denn neben Lithium-Verbindung stellt der Konzern noch Düngemittel, Jod, Kalisalze und Industriechemikalien her. Zur starken Marktstellung hat vor allem der Fakt beigetragen, dass Chile das mit Abstand Lithium reichste Land der Welt ist und man dort zudem über hervorragende Regierungskontakte verfügt. Im Jahr 2016 wurde das abbaubare Lithium-Vorkommen des Landes auf 7,5 Millionen Tonnen geschätzt. China übrigens landet mit rund 3 Millionen Tonnen abgeschlagen auf Platz 2. Die Lithium-Reserven, auf die das Unternehmen zugreifen kann, garantieren eben auch in naher Zukunft die Rolle eines Marktführers. Im Jahr 2018 wurde mit der chilenischen Regierung eine umfangreiche Vereinbarung zur Steigerung der Lithium-Produktion bis 2025 getroffen. Der jährliche Output beträgt derzeit etwa 50.000 bis 60.000 Tonnen und soll den Plänen zufolge bis 2025 auf mindestens 216.000 Tonnen erhöht werden. Lithium-Gewinn aus den chilenischen Salzseen ist allerdings schwer kalkulierbar. Grund dafür ist eben das Verfahren, das durch natürliche Verschmutzung und vor allem durch Regen immer wieder beeinträchtigt wird. Außerdem gibt es seitens der Regierung strenge Umweltauflagen bezüglich des Wasserverbrauchs. Aber mit neuen Lithium-Projekten in Argentinien, Chile und Australien wird versucht, die Marktführerschaft deutlich auszubauen. Eine Lithium-Raffinerie soll beispielsweise in Kermont in der Nachbarschaft der geplanten Alpmaleanlage entstehen. Die Aktie ist über Hinterlegungsscheine, also sogenannte ADRs, an der US-Börse gelistet. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 11 Milliarden US-Dollar ist das Unternehmen kein kleines Bergbauunternehmen mehr. Nachdem die Aktie im Jahr 2015 bei ca. 12,5 US-Dollar ein Tief markierte, ist sie im Hoch auf bis über 63 US-Dollar geklettert. Seit September 2017 konsolidierte der Wert eben und fiel im Corona-Crash auf 15 US-Dollar runter. Anschließend stieg die Aktie wieder im Wert und erreichte Kurse von über knapp 60 US-Dollar, bevor er eben eine Korrektur einsetzte. Da das Unternehmen vor allem von den langfristigen Produktionsausweitungen profitiert, könnte die Aktie sehr interessant sein. Beim erwarteten Gewinn von 1,23 US-Dollar je Aktie im Geschäftsjahr 2021 und erwarteten 1,72 Dollar Gewinn für das Jahr 2022, ist es aber mit einem KGV von 24 auch kein Megaschnäppchen. Dennoch könnte sich auf dem aktuellen Kursniveau eine langfristig interessante Einstiegschance mit eben mittel- bis langfristigen Kurszielen im Bereich 60 bis 70 US-Dollar ergeben. Aktie Nr. 3 Orocobre Das australische Bergbauunternehmen hat seit 2010 eine enge Beziehung mit dem japanischen Autobauer Toyota, der sich auch Anfang 2018 mit rund 15% an dem aufstreckenden Bergbaukonzern beteiligte. Mit einem Investment von ca. 232 Millionen US-Dollar sicherte sich Toyota den Zugang zu Lithium für die Batterien zukünftiger Elektroautos. Und auch mit dem Toyota Panasonic Joint Venture Prime Planet Energy Solutions konnte 2020 eine Liefervereinbarung getroffen werden. Ab diesem Jahr sollen insgesamt bis zu 30.000 Tonnen Lithiumcarbonat für den gemeinsamen Batteriehersteller von Toyota und Panasonic ausgeliefert werden. Das eingenommene Kapital sowie 91 Millionen US-Dollar aus einer Kapitalerhöhung aus dem Jahr 2020 wurden in erster Linie für den Ausbau des Olaros-Projekts verwendet, das zukünftig eine zusätzliche Kapazität von 25.000 Tonnen bieten soll. Die Erweiterung verdoppelt die Gesamtkapazität des Projekts auf bis zu 42.500 Tonnen pro Jahr. Ein Teil der zusätzlichen Menge soll in einer neuen Lithiumhydroxidanlage im japanischen Fukushima aufbereitet werden. Die reinen Abbaukosten des Unternehmens zählen zu den geringsten in der gesamten Lithium-Bergbaubranche und verschaffen dem Konzern einen glänzenden Wettbewerbsvorteil. Mittelfristig sollen die Kosten sogar auf unter 3.000 US-Dollar je Tonne gedrückt werden. Im Geschäftsjahr 2019-2020 erzielte das Unternehmen für den produzierten Reinheitsgrad allerdings im Vergleich zum Vorjahr nur noch einen halb so hohen Verkaufspreis je Tonne. Aufgrund weiterer hoher Abschreibungen rutschte der Konzern trotz der niedrigen Produktionskosten weit in die Verlustzone. Die argentinische Regierung hatte zudem eine ursprünglich zeitlich befristete Exportsteuer in Höhe von 8% eingeführt, um das Vertrauen von ausländischen Investoren zu gewinnen und Finanzhilfen anzuziehen. Diese Abgabe belastet das Geschäft vom Unternehmen jedoch spürbar und war neben heftigen Währungsturbulenzen und schweren Corona-Auswirkungen einer der Gründe für die zuletzt sehr schwache Geschäftsentwicklung. Die landesspezifischen Risiken sind bei Orocobre insgesamt also eher überdurchschnittlich einzuschätzen. Im Jahr 2020 wurde die chilenische Firma Advanced Lithium, an der man bislang ca. 35% hielt, zu 100% übernommen. Das zeigt zumindest, dass das Unternehmen auch langfristig weiter expandieren will. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden Euro ist Orocobre im Vergleich zu den Branchenriesen noch ein relativ kleiner Rohstoffkonzern. Allerdings entwickelt sich das kostenführende Unternehmen trotz aller Preisschwankungen, Corona-Rückschlägen und länderspezifischen Schwierigkeiten in Argentinien eigentlich recht ordentlich. Die in den beiden Rohstoffländern Australien und Kanada gehandelte Aktie notierte im Jahr 2016 noch unter 1,50 Dollar und stieg unter immensen Schwankungen auf rund 7,40 Dollar an. Der Rücksetzer des Corona-Crash bot eben eine exzellente Nachkaufgelegenheit. Seitdem befindet sich die Aktie wieder auf Kletterkurs und notiert aktuell ca. bei 6 Dollar. Mögliche Kursrücksetzer in dem Bereich von 3,50 Euro können zum Einstieg genutzt werden. Kann zumindest das Unternehmen die Lithiumproduktion in den kommenden Jahren bei konstant niedrigen Produktionskosten stetig steigern, so winkt bei anziehenden Lithiumpreisen ein attraktives Kurssteigerungspotenzial. Mit Toyota hat man zudem einen starken und finanzkräftigen Partner im Rücken, der auch bei Finanzengpässen sicher jederzeit parat stünde. Ein solches Szenario ist zwar aufgrund der hohen Barreserven aktuell nicht absehbar, früher oder später jedoch auf jeden Fall denkbar. Deswegen ist dies auch mit das spekulativste Unternehmen von den dreien, die ich eben vorgestellt habe. Also definitiv nichts für Anleger mit schwachen Nerven. So, das war es erstmal von mir. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video etwas mitnehmen. Schreib mir doch in die Kommentare, ob du selber Lithium-Aktien im Depot hast und falls ja, welche. Ich beantworte jeden Kommentar. Erfolgreiches investieren und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin jetzt noch ein paar Minuten. Ich bin jetzt noch ein paar Minuten. Ich bin jetzt noch ein paar Minuten.